Willkommen zurück zu einer neuen Folge 4 in Hospitals. Hier waren wir ja in der ersten Folge schon. Wir sind ja leider Gottes nicht mehr aus dem Klapsenzimmer rausgekommen. Ja, und in der Folge gehen wir mal nicht in das Zimmer rein. Ey, Mann! So, hier war der Schrank der Umfeld. Ja. Der Kaffee, der Schluckkaffee musste jetzt einfach mal sein. Es tut mir leid. Äh, ja, hier, nee, F. Nee, F ist ja wegpacken. Nee, da komm ich nicht. Guck mal, wie das so schön im Boden backen. Ja. Hehehe, ausgewiesen. Nee, die ging voll. Nicht auf. Nee, nein. Nein. Ich geh da nicht rein. Kannst du vergessen. Sie sind per dem réduften Stoff? Sie sehen einfach mal, Herr? Ja, du glaubst dich vielleichtiden würden. Wenn Sie dann sollenмerausバイt, Dass wir gar nüžwas, so schauen, wie kommst du viel. cheat Deine Hier gibt es nichts. Hä, aber... Muss ich ernsthaft in das Zimmer rein? Da ist ein Schlüssel. Oh, Mann, du Arschloch. Hallo? Ah. Was passiert, wenn ich jetzt hier reingehe? Da ist ein Schatten. Machen wir mal das Licht aus. Trotzdem habe ich noch Licht. Wie kommen wir hier weiter? Das ist eine gute Frage. Also im Kreis laufen bringt nichts. Ich will wissen, was hinter der eben Tür ist, wo das Kreuz ist. Ähm, F war ausmachen. Nein, ich will da nicht rein. Hier gibt es nichts. Ich kann mit dem Zettel auch nicht interagieren. Wenn ich die Türen jetzt offen lasse, die helfen mir doch gar nicht. Ich will das einfach mal ausgetrickst, würde ich sagen. So, jetzt komme ich trotzdem nicht weiter. Schön. Schön. Ich bin die schon wieder gefangen. Das ist scheiße. Ja, und jetzt? Jetzt bin ich hier drin. Gibt es noch irgendwas, was man hier machen kann? Jump, run, flashlight, research, interactive. Ich drücke die ganze Zeit Kuh, aber passiert nichts. Wenn ich jetzt im Kreis laufe, dürfte ja auch nichts passieren. Nee. Dann würde ich sagen, setze ich hier nochmal einen kurzen Cut und ich frage jetzt einfach mal Google. So, da sind wir zurück nach dem kurzen Cut und ich habe hier einfach nochmal auf Neuladen gedrückt. Da startet man direkt hier. Und zwar, ich habe hier schon mal geguckt im Internet. Ja, wie soll ich sagen? Ja. Ja, wie soll ich sagen? Der Schlüssel ist wirklich gut versteckt. Also, den findet man auch nicht so einfach. Jetzt ist so das Problem. Jetzt öffnen sich die anderen Türen nicht mehr. Das ist scheiße. Ja. Ja. Ich muss da rein. Beziehungsweise das erste Mal hier rein. Wo der Idiot rumrennt. Ja. Oh, wenn das jetzt nicht geht. Dann fehlt mir nämlich ein Schlüssel. Ich muss bei dieser Tür rein. So, die ist jetzt verschlossene. Ja. Ja, und jetzt kommen wir nur irgendwo zu mir rein. Schön. So. Da würde ich sagen, ich spiele jetzt noch einmal das Spiel bis hierher. Und dann sehen wir weiter. Bis zur nächsten Folge. Bis zum Webtschmann. Gnächste Tag. Bye, bye. Bis zum Webtschmann. 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 Vielen Dank.